Hey Lance, schönen guten Abend. Ähm, ganz kurz, ich, äh, es ging ja schneller, als ich dachte, ich hab das Game gerade schon gestartet. Ja, 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 ja. Gut, gut. So, dieses Game heißt Midnight Scenes. Und Midnight Scenes ist anscheinend eine ganze Reihe an, an, äh, so kleinen Bytes. Das heißt Horror Games. Durch Zufall wurde das Game mir sogar in der Tat von Julio auch empfohlen. Äh, there we go. Und, das passt gerade ganz gut. Ich hab gerade von ihm erzählt, von dem, von dem Winter Spook Package 2022. Und, dass er das nochmal durchgespielt hat. Und jetzt spielen wir ein Spiel, was er empfohlen hat. So, wie ich den kenne, wird der im Laufe der Nacht eh noch zu uns stoßen. Ähm, ich muss nur gerade noch hier, pass mal auf. Weil Horror Games und so, natürlich, ganz wichtig. Ja. Äh, ja, Mann. Das war ein Spongebob-Memes. Black, ich und Spongebob-Memes. Goddammit. Die Kinder von heut und ihre Spongebob-Memes, weißt du? Schlimm, ey. Kein Respekt mehr vom Alter, die heutige Jugend. Und, Mensch, wie geht's dir? Wenn du so reinschaust. Good. Jetzt aber. Midnight Scenes. Ähm, speziell diese Episode nennt sich The Nanny. Soweit ich das verstanden habe. Ah ja. Guter Punkt. Auge. Auge. Okay. Äh. Äh, das gibt's anscheinend nicht in der Twitch-Library. Was Interessantes. Oder spinnt Twitch nur einfach gerade? Nein, ganz kurz. Ja, irgendwie gibt's das nicht. Ja, weil ganz Twitch-spinnt gerade. Kann das sein? Moment mal. Twitch, please don't. Don't suck. Hab ich jetzt... Goddammit. Was tut du so doof? Äh. Nochmal. Midnight Scenes. The Nanny. Was heißt das Ganze? Keine Umstände, Mann. Lass mich daran erinnern, dass ich meine Kategorie nicht geändert hab. Lern's. Wird kein Unsinn. Ja. Ah, da ist es. Ich hab's gefunden. Ja, nee. Es war einfach nur Twitch wieder doof. Good. We made it. Etwas Verzögerung. Habe ich den ersten Textblock nicht gelesen, aber die Musik ist auch aus. Warte mal. Ah, von vorne. Das ist da, das ist da aber alles. Stellen wir uns vor, es ist noch nichts passiert. Willkommen zu dem heutigen Spiel des heutigen Abends. Willkommen zu Midnight Scenes, welches wir heute Abend on Stream spielen, weil es anscheinend sehr gut ist. Und ich bin sehr gespannt. Genau wie mein Steak, genau wie mein Steak. Ihhh, well done Steak. Tö, tö. Mach doch sowas nicht. Good. New Game. Augenblick mal. On tonight's episode, two innocent children will face their most primal fear, haunted by mysteries from beyond the grave. Ancient secrets that should never have been unearthed. Tormented souls wandering between realities. Tormented souls? Das ist ein gutes Game. Turn off the lights and enjoy the chilling tale. Na, wir lassen es so rot, aber ich enjoy trotzdem die chilling tale. Welcome to another dimension. Welcome to Midnight Scenes. Wie macht das Steak? Rawr. Sehr gut. Ja. Ich war ewig lang nicht mehr Steak essen. Bis vor kurzem. Und mein letztes Steak war zu dem Augenblick schon so lang her, dass in dem Augenblick, wo der Kellner mich gefragt hat, wie es gerne hätte, ich so überfordert war, dass ich erstmal nicht antworten konnte. Ich mag den Grafikstil. Oktober 1986. Jetzt gehen wir halt wieder ein bisschen laut. September 28. Daylight. Good night. My name is... Good morning. My name is John Wilson. Hello, my name is also John Wilson. Good morning. Wait. I am John Wilson. What are you talking about? You must be a double. A double? You're crazy. Doubles don't exist. Really? Then how do you explain this? Oh no. You're a double, ganger. My evil double, aren't you? Are you here to kill me and steal my identity? I don't want to die so young. Are you coming to say goodbye to mom and dad? I'm busy. Hey, they're gonna go away for three days. You won't miss them? What are you playing anyway? Wir reden erst so human mit ihr. Oder können wir... Ne, ich glaube... Ich überlege noch, ob ich meine Kamera gerade Horror entsprechend umstelle. Aber ich bin gerade so faul, glaube ich. Panda, hello. Einen schönen guten Abend. Hey, na du? Wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du so einschaust. Ich habe dir das Game falsch geschrieben. Das heißt Midnight Scenes The Nanny. Na? What are you playing anyway? Still can't believe they bought me another identical Benny for my birthday. They don't care about me at all. They don't even remember, which toys they already gave me. Ich kann jetzt nichts sagen. Ja. They're going away for three days. What, you miss them? Why should I? They're leaving me alone with you and silly Veronica for three days. Wow. I hate them. Mom, I hate you. Veronica is nice. I like her. That's because you don't have a personality. Wow. Okay. Das is harsh. Aren't two pennies better than one? Can I have one of them? Sagt definitiv nein. Can I have one of them? No way. I'd rather keep playing this stupid double-ganger thing for the rest of my life. Sie is cool. Is on the other hand sympathisch. Keine Rotzke. Wenn ich einmal Fleisch auf dem heißen Stein gegessen habe, muss ich gestehen, nichts schmeckt besser als genau das. Glaube ich dir. Habe ich ja nicht probiert. Glaube ich zumindest. Zumindest nicht in den letzten fünf Jahren, sagen wir so. Okay. Better say goodbye to Mom and Dad. Bevor der lief. Ich kann nicht schlafen. Also mache ich die Nacht durch. Oh no. Man muss ihn raus morgen. Vielleicht können wir nicht mich in den Schlaf labern. Don't worry. If anything comes up, I'll call you right away. Have a great trip. The bay is beautiful this time of year. Wish we were going for pleasure, not work. We should go. The plane leaves in three hours and we might hit some traffic. Bye kids. Be good and don't push Veronica too hard. Bye Mom. Bye Dad. Come Veronica. Well, here we are. We have a couple of hours till dinner time. What would you like to do? Let's paint. Wow. Das ist eine Option. Let's paint. I like to paint trucks that explode and... Ah, your drawings are boring. You paint like a little baby. That's not true. Tina, don't talk to your brother like that. It's Christina. Only my family calls me Tina. Können wir die bitte in den Mixer stecken und... I've taken care of you so many times. Don't you consider me family yet? Don't be ridiculous. Well, Oliver, looks like your sister is in a mood today. Well, yep. Quite in the mood. Maybe she wants to tell us what to do. Let's go to the forest. The forest? On the other side of the lake. Ah. Yeah, super cool. We go there on some afternoons and Mom and Dad. It's very pretty. The trees are painted different colors. Sure. It's very pretty. The trees are painted different colors. And Mom says they were painted by a prehistoric woman. Oh. It looks like a big work of art. Can we go, please? That way I can look for my toy truck. I lost it in the clearing the other day. Okay, fine. Just for an hour. And then we come back. Yay. You pick the oars. Sure. That's actually true for the ausgedacht. But okay. M&M's stain is still here. Okay. Ah. Ah. It's a little bit like a shreiendes Gesicht. Aber das kann auch nur meine ganz spezielle Eigenschaft sein, dass ich überall dass ich überall Gesichter sehe, wo keine sind. Wir können wirklich alles hier angucken. Das ist voll cool. Lamp. Okay. Support your Indie Devs. Yes. Do it. Good. Kinnings. Support. Supportet eure local Indie Devs. Now. Gebt dem all euer Geld und Liebe und Aufmerksamkeit und Dad won't let us go into his office if he's not home. Und? Okay. Geh nicht rein. Wir sind wir sind ein braves Kind. Jordan's garden looks so empty since Thomas got sick. Tina's room. I better not go into Tina's room if I want to stay alive. I have a plant. Poor thing. It's dying. Vielleicht gießen? Du Hempel? Miss Jenkins would send me would send me home if I painted something like that. Oh, God. Das schmurde eine Kunst. Du Banause. Poster. Looking forward to the premiere of Galaxy of Cats Part 2. The Meowning. The One-Eyed Pete Island pose that's my favorite. One-Eyed Pete. Warum sagt mir das was? Warum glaube ich zu wissen, wer One-Eyed Pete ist? Walkie Talkies. I may get to try my new Walkie Talkies. Nimm sie vielleicht mit. Nee, kannst du nicht. Okay. Jacke mitnehmen? Auch nicht. Okay. Bisher sehr simpel. Das macht noch nicht so einen Horrorgame-Eindruck. Aber das kann sich ja potentiell ändern. Das ist auch glaube ich nicht so brutal übertrieben. Jump Scary. Boohoo. Goreporn. Schlag mich tot. Das ist einfach Small Little Spooky Game. Okay. Oh, es. Oh, es. Oh. Oh. Got him. Ah. Schnur. Oh. Oh, wie cool. Oh, was sehen die in da? In IRL. The Jordan Trees is invading our garden. Oh. Sparkle hasn't come to eat in days. Oh, wir haben ja so einen Futternapf aufgestellt für einen Hund oder so. Eine Katze vielleicht. To the pier. Ah. Oh, wir fahren da echt drüber. Ähm. Do either of you know how to row? I never piloted a boat. Leave it to the professionals. But it's safe, right? Don't be afraid. There are no monsters in the lake or anything like that. Just sit next to me and take my hands. Aha. Oh, get in the boat, lovebirds. Die Frau ist wahrscheinlich, weiß nicht, 20 und ich bin 5. Oder so. Boats? So noch mehr? Können wir damit irgendwie? Okay. Boat. We need to install the oars first. Let's oars drag off. Oh. All apart. Easy. Okay. Tutorial. How to interact with the world. Can I go look for my truck? Can't be very far. Can I go see the tree paintings? Look for the truck. Can I look for my truck? You're always losing stuff. You lose your stupid head one day. Okay. You can go, but don't walk too far away. I don't want to lose the sight of you. Okay. Thank you, Veronica. You're right, Oliver. The forest is beautiful. Yeah. Cute. Die Bäume haben so was von dem Old School ähm Ganz kurz mal gerade. Von so einem Old School Super Nintendo Jump and Run. Ich hab mindestens fünf Spiele gespielt in meinem Leben, wo man auf solchen Bäumen von Ast zu Ast springen muss. Ach, fünf, wahrscheinlich zwanzig. Two Forest. Ah. Schoko-Riege im Wald. People are so inconsiderate. Nimm es mit? Nimm es nicht mit? Nimm es nicht mit. Oh, die haben es auf die Bäume gemalt, oder? Ah, aber das können keine, weiß nicht, prehistoric women gewesen sein. Das behaupte ich jetzt mal so in meiner Oliver! What the fuck? Okay. ganz, hm. Die sind solche Fans von Oliver, die haben es ja nahm ins Auge tätowieren lassen. war nur ein Ticken leiser. Die krassen Nieden drauf. Ich lasse mir dann wächst auch Celine Dion ins Auge telefonieren. Tätowieren. Sehr, sehr dramatisch, die Krähe. Aber nur die eine, oder? ist nur die. Oh, lieber! Priestum! The same. If you count the rings, you can read their age. Eins, zwei, drei. Drei Jahre, alter Baum. Got it. Bones. What the fuck? Have a fucking Dinosaurier-Knochen, oder was? Die kann man nicht angucken. Deeper into the forest. Laufen wir nicht schon zu weit weg? Rocko. Rocko. What? 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 Moment. Eichhorn? Irgendwann euch ein Tacker dabei, oder so? Toilet ist sogar. Okay. Das ist ja das weltentspannteste Eichhörnchen, ey. Was ist da eigentlich? Oh, das ist einfach nur das Menü, okay. Sticks. Oh-oh. Das ist so ne... Äh... Oh, okay. Das ist so ne... Blair Witch Forests Puppe, fast so ein bisschen. Rrrr. Mom, now let's me play this far from the clearing. My truck must be around here somewhere. Ja, wenn's nicht einer der Krähen geklaut hat. There it is. Found it. Here you are. Who put you there? Putsch. Got it. Äh, ha? Äh. Hey Oliver. Come here. Something I wanna show you. Warum kamst du von rechts? Aber ich kam eigentlich von... Tina? What are you doing here? Das ist nicht Tina. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht Tina. Das ist doch. Oh mein Gott. So many squirrels in the forest. Oh, one day they ate a kid from town from head to toe. Only his bones remained. And I'm not lying. It wasn't in use. That's creepy. By the way, where's your brother? I told him not to walk too far away. Don't ask me. I'm not his babysitter. Hilfreich wie immer. Oliver? Äh. The fuck? Oliver! Shit nehm dir, ne? What's wrong? What the fuck do you mean what's wrong? What the hell is this? The forest is full of paintings like that. That says they're magical aura from the tribes that lived in the woods to keep the paintings bright. this one though I haven't seen it before. It certainly looks recent. That's creepy. You didn't paint it to be to scare passersby did you? Passersby. You didn't paint it to scare passersby. Passersby. Komisches Wort. Vorbeikommende. Schön, so viele Eischörnchen. Da wurden Menschen gegessen. Deswegen war das Eischörnchen eben auch Hat das einen Finger gegessen? War das ein Finger? Hat dann den Finger genagt? Ich hab's nicht genau sehen können. Es sah aus wie ein weiß nicht ein Tampon. Oder so. Eischörnchen. You wouldn't have painted it. It's like 20 feet tall. Oh, how would I have painted it? Um come on we're going back home. I don't like this place. It gives me the creeps. Okay. Oliver, come let's go. Oliver? Oliver, are you open? Oliver? What's happened? You're right. No idea. Come on. Help me get up to the boats. What's happened? No, Oliver. Okay. Das wird zu Hause. Alles gut. Game over. Oh, thank God you're back. How are you feeling? What happened? What happened? Your blood sugar drop probably? Here, eat this chocolate. Nom, nom, Mmm, it's good. Hartzli nuts, my favorite. Aber es ist doch no, not November. Und doch keine Haseln. Oh, Gott. Er bringt doom und gloom über uns alle. Really? Mine too. Hey, are you sure you're okay? Maybe you should call the doctor. How long was er unconscious? You've been out in and out for about 10 minutes. you scared us to death and Tina and Tina where is she? In her room, I think. I wonder what she wanted to show me. Erinnert drawing on drawing on the rock. It really impressed you, huh? I don't know, I guess. Come on, rest a while I heat up the dinner. Rest while I heat up the Lasagna. The Lasagna I bought will surely bring you back to life. Wie kommt man von den Buchstaben Lasagna? Eigentlich auf Lasagna. Like my real talk. Wenn Jokolade hilft, wird er sicher ein Dementor? Wait, woher kenne ich das wieder eine Anspielung, die über meinen Kopf hinweg fiegt, aber ich glaube, ich weiß, dass es ein Dementor ist. Oder ich habe das zumindest schon mal gehört. Interessiert sie es überhaupt nicht, dass Tina genau richtig, obwohl Tina ja richtig, das habe ich auch schon gefragt, aber ist halt Horrorgame oder Horrorfilmplot, da muss man immer so Details manchmal hinwegsehen oder die Protagonisten sehen und aber solche Dinge manchmal hinweg. Ach, Harry Pothead, okay. John, I require Lasagna. Looks like thin and it wonders. I like the happy rosy face. Now rest little prince, have sweet tree. Oh, Veronica, so sweet. Ich kann's gar nicht warten, bis sie in grausamen totstirbt. Don't, don't, don't listen to her. What? Tina, she's always mean, but I think you're cool. Oh, thank you very much. I think you're cool too. Oh, die beiden, ich kann's kaum warten, dass sie stört. I really enjoy taking care of you both, you know? Aw. You are very interesting kids. Hey, do you want to show, do you want me to show you my collection of cards? It's from the Midnight Zombie Movie TV Series thing. Sure, I love that. Scared zombie. This one is the biggest and scariest zombie of the family, but he's always nice to the living. It's scared, but he's a scared one. Next card. Don't be fooled. Even though it's a baby, this one has super sharp teeth. Whoa. Hungry zombie, of course it's a woman. Frauen sind immer hungrig. Immer. Außer wenn du sie fragst, was sie essen wollen. Klischees. This one is most evil. She devours brains. Doggy. And this is my favorite. Isn't he cute? What a fantastic collection. I love it. Hope we don't dream of brain-eating zombies tonight. Get some rest, Oliver. Good night. Good night. Good night. Namaste, you guys. Good morning. good night. Good night. Good night. Good night. Hey, man. Wie war euer Stream? Wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Salü, Salva. Einen wunderschönen guten Abend. Wer zum ersten Mal gerade rüberkommt und meine Wenigkeit noch nicht kennt, mein Name ist Winter. Willkommen, willkommen. Na, du hast in meiner Follower-Liste wieder mal den Indie-Freundlichsten streamen. Yes. Wir hatten es gerade eben noch hier Cult of the Lamb gespielt. Aber die letzte Stunde des Streams oder so, wollte ich noch ein bisschen Horror-Content geben. Und gerade spielen wir, wie man am Stream-Titel erkennen kann, sicher Midnight Scenes The Nanny. Ein anscheinend sehr kurzes und knappes Point-and-Click-Horror-Game. Sicher nicht übertrieben gruselig, aber schon so ein bisschen spooky. Ich hab den November zum Noir-Vember an. Okay, ich hab ihn zum Horror-Monet ernannt und die Community hat ihn dann Noir-Vember genannt. Und ich mag das sehr. Und war da Kay, eine wunderschöne guten Abend. Oder Nacht inzwischen schon. Midnight Scenes kenne ich natürlich nur die älteren vorherigen Teile. Oh, ich kenne die Midnight Scenes nur vom Namen her. Ich kenne die einzelnen Spiele gar nicht. Und ich dachte, dass da wär das Älteste. Aber vielleicht ist es auch das Neueste. Ich weiß nicht. Ich bin da nicht so drin. Aber viel wichtiger ist, was habt ihr denn gespielt? Wie war euer Stream? Was habt ihr getrieben? Und ich hoffe, auch alle grad frecher zu geradeten, euch geht's wunderbar. Ihr hättet ganz viel Spaß im Stream. Und wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen mit uns rumzulurken, die letzte, weiß nicht, halbe, dreiviertel Stunde vielleicht, dann macht euch bequem. Nehmt euch noch ein bisschen Wasser, falls ihr auf dem Trocknen sitzt. So wie ich jetzt gerade. Bleibt für Triad und grusel euch ein bisschen mit uns. Ist das Neueste? Okay. Okay. Siehste mal. Bin ich ja nicht up to date. Ähm, okay, Tina. Also bisher, wir sind quasi ein Geschwisterpaar, Oliver und Tina, die deren Eltern gerade verreist sind. Und auf uns passt eine Babysitterin quasi, eine Kindersitterin quasi auf, Victoria. Und wir waren eben nur kurz im Wald spazieren und da ist so ein bisschen spooky Zeug passiert, aber nichts, nichts Schlimmes. Und, äh, ja. Jetzt sind wir wieder zu Hause und Tina steht in unserer Tür. Oliver! Hey Oliver, are you awake? What do you want? Tina, what's wrong? It's Veronica. She's gone. She left us. She's downstairs. You hear the TV. Okay. From yours? Oh yeah? Why don't you go down and check it out? I'm telling you, I saw her from the window. She was walking toward the pier. Oh. She must be meeting her boyfriend secretly when she should be here taking care of us like that other time. Lass it doch. You made that up. I never liked Veronica. You never liked... Oh, this is Oliver. You never liked Veronica. I didn't make it up. That boyfriend of hers jumped over our garden to be with her. I saw them kissing. I saw them kissing. Moment, ich liebe nochmal an das Halloween Spook Package. Das war echt richtig nett. Hast du es gespielt oder bei irgendwem gesehen? Freut mich. Ich freue mich, dass es gut ankam. Ich wollte eben noch davon erzählen, also vor dem Game, dass ich mir oder für die Community und auch die Streamer unter uns ein kleines Spook Package an Indie-Hall-Games gebastelt habe, was immer noch im Discord verfügbar ist. Oder falls ihr eine kleine Sammlung an Indie-Hall-Games haben wollt, die ihr dann streamen oder spielen wollt für euch, schreibt mich einfach mal auf Discord an oder so. Dann kann ich es euch auch gerne zuschicken. Werden ein kleines kostenloses Spielen zu Demos ganz kunterbunt. Forever Skies? Ja, da habe ich die Demo auch gesehen. Ja, ja, das sah richtig nice aus. Mischung aus Planet Crafter Raftour. Ne, nice. Ja, das, da wollte ich auch mal den Next reingucken, aber ich weiß noch nicht wann. Wenn du sagst, es ist nice, dann freue ich mich drauf. Cool. Und die, und die anderen beiden Demos? Ne, Quatsch. Ein kostenloses Spielen in Demos. Was war das? Was waren die anderen Games? Wenn ich so unverfroren fragen darf. Ähm, die Musik loopt irgendwie nicht in dem Game, habe ich so festgestellt. Ähm, by this time I have my camera. I'll take pictures. Come on, let's see if we can spy on them from the window. Ich hasse dich, Tina. See something? The boat is missing. I've gone to the other side of the lake. Oh, they've gone to the other side of the lake. How romantic. How? She doesn't know how to steer her boats. More proof that she's with her boyfriend. Huh? I can see a light in the forest, but nothing more. Dad has the binoculars in his office. And you want to go get them, of course. I'm not going to daddy's office at night. It's dark in there. This is the chance to prove you're not a coward anymore. You're not a coward. You're not a coward. You're not a coward. You're not a coward. Come on. There must be in his desk or a drawer or maybe the closet. Julian! Ha! Wir haben gerade eben noch von dir gesprochen und ich habe mich daran erinnert, dass du das Spiel empfohlen hast. Das Cosmos-Spiel war ein kleines Cypher-Game. We went back. Da sagt mir sogar auch was. Kann man sich auch geben. Das Alien war ein bisschen, naja, aber der Rest war ganz gut und atmosphärisch. War eine Demo. Die andere Demo war von Orsted. Ein ganz simpler, mit dem listischer kleiner City-Bilder. Das kenne ich jetzt nicht. Orsted. Aber ich glaube, We went back habe ich ja mal gespielt. Ist das nicht so ein... Warte mal. Bin ich gerade vorwitzig. Back. Okay. Ja. Ja. Ja, doch. Ich erinnere mich. Da bin ich wahnsinnig geworden. Genau, es wurde immer im Kreis läuft quasi. PT, aber in Space. da bin ich wahnsinnig geworden bei dem Game. Weil ganz am Ende, äh, ja, will nicht spoilern, aber du, ne, Dinge, Dinge passieren und du musst Dinge tun und ich wusste nicht, wie man Dinge tut und dann war, dann war ich traurig. Äh, na gut. Du bist doof, Tina, ey. Hurry up and get the binoculars. Ja, sehr gut, chill. Aber Julia, wie geht's dir? Ich finde, du so reinschaust. Alles fit? Wie war dein Tag? Wie war dein Abends? Wäre Dienstag Titan Station. Das war auch Hammer. Darauf bin ich nochmal auf ihren Backstuhl. Titan Station. Ist das von derselben Machern oder wie? Titan Station. Titan Station. Titan Station. Auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Ja, sieht sehr ähnlich aus. Naja. Sehr interessant. Sehr, sehr interessante Game-Auswahl, die du da hast. Sehr interessant. Der Wahnsinn, ich war mindblown, absolute Empfehlung. Geht das auch Richtung Horror, oder? Ja. Wir gehen immer nicht in Tinas Ruhm. Gehen wir mal What? What a starry sky. Gehen wir nach unten, checken den Fernseher mal. Hello, Veronica. The Lent is da. Tina wasn't lying. She left us. But still hot. Veronica must have left recently. Also Veronica is also still hot. Sehr subtil, keine Jumps. Aber schon Richtung Horror, ne? Klingt so. Ist er da auch Gruselwusel? Ja! Auch sehr subtil wahrscheinlich. Aber Lamp. Aber schon eher Horrorgame. Modern Art. Yuck. Ne. Okay. Ja gut, wir gehen in Dad's Office. Ich hab's, oder ich spiele relativ selten so Point and Click Horrorgames, muss ich zugeben. Ich mag mehr Actionreiche, nicht Actionreiche, mehr First Person oder Third Person Horrorgames. Aber das heißt ja nur, dass ich mehr Möglichkeiten hab, dazu zu lernen mit solchen Spielen. Dad would be mad. If you found out I've been snooping around his office. Dann nutzt die Gelegenheit jetzt einmal alles durchzusnupen. Smolke? Dog Tags? I wonder if Dad killed someone in the war. Maybe I asked him if he comes back. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das PTSD seines Vaters zu triggern. Sehr gut. Okay. Hallo. Guck mal, jetzt hast du voll den Grund in sein Büro zu gehen. San Teflon geklingelt. Hallo. Das ist ein Minecraft Zombie, der uns anruft. Genau. Wenn du schon einmal reinschleichen, dann wenigstens richtig ausräumen. Dann lohnt sich auch. Wenn du dann einen Arsch versohlt bekommst, dann zumindest weißt du wofür. ganz kurz mal gerade. Ne, alles gut. Wer ist das? Wo ist er? Wo ist er? Okay. Veronica, bitte komm zurück. Warum did sie leave uns? Veronica? Okay. Ja, Mann. Ina. Baumschritte. I don't like this. Open Augebinder? Augenpiratengedöns? What the fuck? Hat sie eben auch schon gehabt? Oh, these were from when I was born. I like Veronica, but Miss Marcus was super cool nanny. Oh, ist das Miss Marcus? Okay. She had this eyepatch like Blackbeard. Das nicht Mom, das da. Okay. I miss her. She never would have left us. Okay. Na, und dann Kuss drauf. Was so weird. There they are. Benarki. Noch mehr Gummis. What the fuck? Dad? What is this? So squishy. Ja, 20 Jahre alte Gummis ey. Wär das nicht da, dann wirst du auch nicht da sein. If you know what I mean, Mr. Oliver. Also im Sinne von, wenn das benutzt hätte und dann ist nicht so wichtig. The crow is staring at me. Can I binoculars outside? Can I binoculars on Oliver? Can I binoculars outside? No, I can't. Okay, gut. Aber Pirate, naja, die damalige Babysitterin war Piratin, also hat zumindest ein Auge verletzt oder fehlend oder sonst irgendwas. Dad hat sowohl Football als auch Schach gespielt, wie man sieht. Kluger Mensch. Klug. Very smart. Yes, yes. Lass mich raten, jetzt ist Tina auch weg. Oder? She gone. Yes, okay. Use the binoculars on Tina von mir aus. Macht das Tally. Guten Hunger. Finally, come on, give me the binoculars. No way, I've got him a smart turn to look. fuck yeah. Crawl. Kann ich mich bewegen, ey? Ich kann auch Crawl. Crawl. Ah, da ist kein... Ich bin blind, ey. Crawl. 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 Nee? Crawl. Warum lebt die Musik nie? Uh, I see Veronica. She's alone, that looks confused. Hey, wait, she stole my flashlight. Come on, let's go to the pier, maybe we can see what's going on from there. We can't leave the house at night, mom, we will find out. Okay, I'm not staying alone at home. Great, get dressed and grab your walkie talkies, we might date them and cancel a little track of each other. But we're not going to, are we? Of course not, it's pretty precaution. Ah, okay, I'll get the walkie talkies. We're gonna get the walkie talkies and later we're gonna get the heebie jeebies. English is a Sprache, ey. Ja, wo sind denn Klamotten? Oh, mach's automatisch, okay, alles klar. Ich glaub, heebie jeebies und shenanigans sind einfach die besten englischen Worte, die es gibt. I have the walkie talkies. Great, let's go to the beer. Aber auch. Was machst du mit den Dingern? Ja, kannst du halt dich von anderen weg gehen und die immer noch hören und mit denen reden. wie wär's mit Gey Spreche. Klingt da vernünftigen Namen, warum nicht? Hast du weggekriegt? Okay, die ist auch gechillt. Du? Auch gechillt. Aber die waren eben nicht hier, als das erste Mal hier waren. Das ne, okay. Impossible to see anything from here. They've taken the boat to the other side. We'd have to walk around the lake on foot. What? Go through the woods at night? I have a very bad feeling about this. Do you think I'm enjoying this? Of course you are. I don't like when you get bossy like this. Why does everything have to be done your way? Well I don't like bragging along with a whining crybaby either. We both have to put up with it. Okay, I'm sorry. Sometimes you're not a crybaby. so freundlich mancher bist so nicht scheiße. But now there's something floating in the water. Looks like a bag. It's Victoria's bag. Are you sure? Yes, see? It's a piero the cat's face on it. It's hers. Did she drop it? I'll never reach it from here. Find something long to get it with. Dann haben wir die aber in Rope allein macht es ja nicht oder ja, wir holen mal die Pruner aber macht das Sinn, Pruner kann man die kombinieren ne, kann man die danach, ne, macht der keinen Sinn deutscher und schnur, schnur und am Ende der Fall hier geben vielleicht nichts. Dieses Grillen-Zirpen-Geräusche mit der Grund ist nicht angenehm. Ne, Fenster? Okay. Kann man sich irgendwas damit kombinieren? Es ist ein Pruner. Okay. Okay, der haben wir doch aufgehoben. Oh, ist einfach nur ein Okay. So komisch was. Okay, je nachdem wie die Boxen halt drauf sind bei dir. Dann hat das gerade eine Frequenz ist. Die, die, ah ja, perfekt, okay. Die gewisse, ja, die, diesen ekelhaft. Die sind auch nervig. Die am Pier gehen, finde ich. Also was die gleichen, nur mich ein dumpfer hier. Aber meins. Okay. Aber, aber. Willst du find something? Ja, irgendwie schon, aber ich weiß noch nicht, wie ich Gegenstände kombiniere. Wir schlagen Tina mit dem Ast. Ah, der Ast reicht schon. Tina. Are you okay? It's very cold. Something wrapped around my leg. I can't get out. Do you know, what do I do? Hey, calm down. Everything will be fine. Come on, throw me something, I can't hold on to. Ach, jetzt kommen die Obdanspiele. With a tie down somewhere, okay. Okay, dann, 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 äh. Oh, Mist, ich bin noch dabei. So. Und dann rope. Ja. Now find help. Okay. Ähm. Mrs. Jordan's awake. I saw a light in the window. Äh. Come on, go, I'll be fine, don't worry. Just start it up, okay? Here, take one of the walkie-talkies. That way, I'll know you're okay. Thank you. That escalated quickly. Bye, bye, Tina. Warte, help. Miss Jordan's house. Was this here? Quick. Is this in the direction? Nee. Ach, quatsch, das ist ja, auf der, äh, richtig. Wir müssen dadurch wahrscheinlich. Ne? Nicht dadurch, okay. Aber es ist trotzdem auf der Seite wahrscheinlich. Aber wir müssen dann die Fronttür wahrscheinlich raus. Äh, it's locked. Äh, warum? Oh, die Keys hängen hier. Pick'em. Ah, das Geräusch ist weg, endlich. Sorry, aber, haha. Das ist okay. Das sind fiktive Charaktere. Du brauchst dich nicht zu schämen, wenn du die Schadenfreude verspürst. Better call Tina. Better hope she's okay. I don't know what to do without you. Er wird so treibt sich. Are you still here? Are you, Tina, are you cool? Yes, I'm freezing, though. Have you found help? I'm on it. Ähm, äh, okay. I hope that's not sparkle. Aber das ist nicht nur eine Blutspur. Da liegt auch wirklich irgendwas. Okay. Frau Nachbarin. Ding dong. Help. Help. Oliver. What are you doing here? Is everything all right now? The son, I need help. Our baby said that was staying with us, but she left us and went looking for her. Okay. Okay, breathe, breathe. Breathe, my man. Breathe. Come on in. Let's go outside. Äh, können wir... Yes, Tina. Können wir nicht, bitte. Slow down. What happens? Äh, Tina fell into the leg of the pier. Oh my God, is she okay? Yes, but she can't get out of the water. She needs help. And where are your parents? They're out. They left us with a babysitter, but she's abandoned us. Okay, I'll run to the pier to help. Okay, never mind. Never mind. Hat die Flösterstimme gerade irgendwas in deinem Scheißhaus gesagt? Your sister. You stay here and attend Thomas in case he needs anything. You know, he requires special attention. He's in his room. Keep an eye on him, will you? I'll be right back. Das geht nicht gut aus. Das da. Es geht nicht gut aus, das da. Tina? Battery is very low. Wirklich? I like the bubblegum color. So original. Das sind auch genau meine Gedanken jetzt. Peach juice. Yummy. Ja, Alkohol. In rauen Mengen. Juhu. Thomas' room. Hello, Thomas. Oh. Oh, no. Oliver, what are you doing here? Tina's in trouble. Your mom went to help her. Ah, really? I thought mom was taking a bath upstairs. Oh, mein fuck. Ich glaube, ich war eher der Charme der Pixel-Games-Action-Drama, alles, was ich gleich darstellen glaubte. Und ich musste Indiana Jones denken, ja. So die ganzen, ich sag mal, ja, Point-and-Click-Adventures, die so einen ähnlichen Grafikstil haben. Die gehen alle irgendwie so in einen, in einen Topf. Also ist das ja auch nicht komplett anders wie jetzt Monkey Island oder so, ne? Die, äh, die Ähnlichkeit ist da. Sorry, sometimes her medication makes me confused. Is Tina okay? Yes, but she always ends up in trouble. Oder she fell into the lake and can't get out! Seriously? Well, don't worry, mom is very, oh, don't worry, mom is very strong. She'll, uh, pull out, she'll pull out of the water. Come on, she'll be fine. I swear, though, I, I thought mom was chilling in the bathroom. I hate this medication. Die sind bad! Es war, oh mein Gott, natürlich, das ganze Thema des Spiels ist Doppelgänger. How do you feel? Es war eigentlich von Sekunde eins aus klar, als, als Tina mit den beiden Puppen gespielt hat. Physically or mentally? Was war die Frage? Ich hab nicht aufgepasst. Physically? Physically? I can't take two stairs up without grasping for air. Gasping. Other than that, I feel wonderful. Mentally? Mentally? Well, it's only been two months since dad died. Oh no. It's been hard and mom makes me go to therapy with a super boring lady. Can I ask you something that I've never asked before? You don't have to answer if you don't want to. Und plötzlich, warte, deine Schwester ist gerade halb immer trinken und du so, ey, dude, magst du gerade, magst du mal ein ganz Deep Talk um zwei Uhr morgens wahrscheinlich irgendwo durch? Of course, of course, guys, go away. Nee. Nee, das ist ein bisschen heftig. Wir fragen nicht an dem Toten Vater. Wir fragen, wie es ihm geht. Body illness? Are you going to die soon? Yep. Schöpste bald? Ja, morgen wahrscheinlich. I'd be very lonely. You're my best friend at school. Yeah, no idea. Mom always makes plans for the future. But I think she does it to cheer me up. Her words are happy, but her face is sad. But I don't care much about it. I'm not afraid of dying. Damn. Yeah, boy. That went. That went. Dark, super quick. Really? I will go back to the same dark, tranquil place where I was before I was born. Alter, das ist einfach ein 120 Jahre alter Drachenjunge, der in dem Körper eines Menschen steckt. I like that idea. Nee, das war's. Wenn ich über seinen Toten und Dat fragen. Anyway, let's stop talking about sad things. Look, I want to show you something. It's super cool. Luigi board. I found it in Mom's closet. She used it to talk to that. Oh, no. Come on. Who do you want to contact? Meine Schwester, die ist bestimmt nicht schon tot. I don't know. I don't want to connect anyone. There are a lot of people. Sure, warum nicht? Verspielen wir mit. There are a lot of people I want to talk to. I want to contact Elvis. I want to contact Elvis, my dog Alia. Miss Marcus, my old nanny. Who are you going to call? Who are you going to call? She lived in this house before your mom moved in. She was great. She had one eye missing and one eye patch. Like a pirate. One day she suddenly disappeared. Mom told us she went to live on her family's farm in Colorado. Bettina says she saw an ambulance in the police. We think something horrible happened to her. Mothers lie, you know. They do it to protect us. But they lie. They're going to... We are going to contact your old babysitter. If she died in this house, her presence will be super strong. It will be super cool, you see? I don't know. Come on, it's fun. Yeah, put your hand on the triangle and call it the planchettes. Do it. Now I let my hand in these joiner energies. Now close your eyes. Give me your hand, darling. Good. Now focus on your old babysitter's image. I found this picture in my father's office. Do you think it might help? Are you kidding? It would help a lot. Let me see. Super cool. She looks like a pirate. This picture will attract her spirit. Oh, this is Thomas. Her picture will attract the spirit. Come on. Put it next to the board. Let's start. I don't know if I like this. Relax. We can stop whenever you want. Can you, though? You simply say goodbye to the spirit. And she'll leave without a trace. Okay. Really? Uh-oh. I'm... 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 You're moving it. Not me. It's your man in any spirit. I'm... I'm... No... Not... I'm not dead. That's what she said. Oh my god! Uh... Uh... Tomaten ketchup... Auf dem... Do... Do you have a leak? Oh, he's dead. Isn't he? Oh, mom died in... Oh, no. The bathroom is right above us. Oh, no, mom. Maybe mom left the tab running. Don't get up. I'm going to have a look. Oh, god. Mom is so tot. Mom is so doppelt, dreifach tot. Er, die ist so... Warte mal. Noch mehr zum Checken irgendwo? Poster. This Midnight Zombies poster is the best. Okay. Hab's nix? Thomas. Quick. Okay. Yep. Mom ist tot im Badezimmer und der Doppelgänger ist gerade die Schwester am Retten und... Am totesten. Tottöter am... Mom. Well... Rest in pepperonis. Oh, my God. Miss Jordan. But how? I don't get it. If this is Miss Jordan, who is with Tina? Penis sink. Tina? Are you there? Miss Jordan's not real, Miss Jordan. Miss Jordan is dead. There's blood everywhere. Do you hear me? I have to go to the pier quickly. Was? Was da noch abtrenden oder so? Ne? Okay. Bye-bye. Oliver, what is it? I heard you screaming. Stay here. Don't go upstairs. Please don't. Don't. Stay here. Don't go upstairs, okay? What happened? Was it an open tap? Yep. Open tap. Mom's fine. Everything will be O-A-fucking-K. Hey, listen to me. I have to go to fine-tainer. You stay here and call the police. Do what I tell you. The police? Because of an open tap? Just do it and tell them to come fast. But, Oliver. Do it, bitch. What's the police's phone number? Two. It's two. Oh, gosh. Okay. Das war ein abgefuckte. Kann's euch sagen. Storyline. Die Polizei wird auf jeden Fall kommen, wenn man ihnen nicht sagt, was passiert. Das ist ganz bestimmt. Ich glaube, wenn ein verstöntes Kind anruft, glaube ich schon. No time to lose. I have to go to the pier. Quick. Irgendwie eine Waffe oder so nehmen. Das ist aber eine erste Reaktion. Das ist aber eine erste Reaktion. Mühler ist er schon sehr laut. Tast 돼. I have to go to the tree. Doch. I know. Okay. Werft den fucking Truck nach ihm oder so. You have fun. Spielzeugauto. Okay. Das ist sehr leicht abzulenken, das Eichhörn. Aber jeder weiß, dass Eichhörner auf Spielzeugtrucks stehen. Weil, um... Oh, Tina, thank God I found you. Are you okay? I thought I'd lost you forever. Come with me, Oliver. Where are you going? No, not again. Nicht schon wieder. Jetzt geht das schon wieder los. What? Ich hab grad nicht aufgepasst. Was, das ist ein Jumpscare? Na, alles gut. Du darfst Schimpfworte benutzen, ey. Oh, was that? Tina, where are you? I just said, give me a shit house. Wer sagt das? Wer sagt doch scheiß aus? Der scheiß aus dem Mond. Mr. Hanky. Oh, no. Oh, no. Oh, Victoria. Der scheiß aus dem Mond hat sie bekommen. Victoria, oh mein Gott. What happened? Uh-oh. Oh mein Gott. Oh, das ist, äh, na nanny. Welp. Game of the Year. Oben, ohne, unten, mit Hose. Vielen lieben Dank für den Followern. Hi, hi. Wie geht's? My little Oliver, it is time for pads. May I sing you in the lobby? I'll be there. I'll be there to show his house. Oh. Don't worry. We'll find him. Even if we have to turn, the world's upside down. Well, muss er wahrscheinlich auch. I've never seen anything like it. Two children kidnapped. Neighbor brutally murdered in the bathtub. The babysitter missing. What the hell happened to you tonight? Detective, we found Veronica Turner, the babysitter in the woods. She's dead. Also murdered. Etwas müde, ja, same. Ja. Bei mir. Genau, so. Ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Also moderat. It seems so. Damn it. But there's something else. You'd better see it with your own eyes. Einfach so gut. Ich hatte jetzt die Tage einen IRL-Jumpscare, wollte kein Horror erst mal. Ja, ist ja noch, ist ja noch entspannt, das da, oder? Das ist ja noch im Rahmen, würde ich behaupten. Yep. poor, 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 poor girl. Sorry. Look at her wounds, looks like a wild animal attack. A wild animal doesn't murder, oh, a wild animal doesn't murder people in their bathtubs, or kidnap children though. Have you think that's strange? you haven't seen it at all yet. Take a look at the rock. What am I supposed to see here? Agent point of light at the painting. What the hell? Oh my god! They ate her. And now they're going to ate me. Oh my god. That's very cute. Poor Oliver. Poor Tina. We might never know what happened to them. But don't fret. Something tells me Detective Taylor won't rest until she finds an answer. From now it's a secret between two siblings and a creature in the forest. Thank you very much for enjoying this chapter of Midnight Scenes with us. Remember to shut your windows and lock your doors tight before bed. Creatures of the night are lurking. Also Twitch chat is lurking. Good night. And sweet dreams. Goodbye. Get it. Get it. Goodbye. Ein Auge. Das nicht, hab ich dir. Cool. Das war cute. Das war Midnight Scenes. Ah. The Nanny. Ich liebe es. Ich brauche solche Games immer doppelt so lange wie andere Menschen. Da stand auf der Twitch-Page nee, auf der Steam-Page stand, glaube ich Thank you for playing stream and watching the game. Thank you for making the game. Auf der auf der Steam-Seite stand, glaube ich ja, so 40 Minuten bist du durch. Mhm. Ich nicht. Okay. Ah, ich hab ein ein Achievement nicht bekommen. God damn it. Verdammt. Hab mein Achievement verpasst. Fuck. Gut, dann nochmal. Gut, das war cool. Das war cool, aber es hat jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehört, denn ich muss jetzt ins Bett. wir sehen, wir haben mit dem Zeitpunkt das war cool. die